Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute haben wir mal wieder einen kleinen Test und zwar von dem Strobe Flash von Nico Feuerwerk. Das sind so kleine Blitzfontänen quasi, drei Stück sind in der Packung. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem kleinen Test. Ja und so sehen die kleinen Teile aus, quasi wie so ein bisschen kleiner Brummer sieht es ein bisschen aus, aber es ist halt eine Fontäne. Okay, das ist ein Blitzlicht. Sehr nice. Also man soll doch nicht direkt ins Licht gucken, weil es gerne ist. Doch für eine gute lange Bremsdauer. Und noch Crackling dabei. Sehr nice. So, weil es so geil war, machen wir jetzt gleich nochmal zwei auf einmal. Wenn beide angehen würden. Nee. Halt mal einer. Und geiles, lautes Crackling am Ende. Mega nice. So, und das war es schon wieder hier von dem kleinen Test. Und ich muss sagen, die Teile sind echt geil. Also für einen Euro haben die gekostet. Echt nicht schlecht. Das Crackling am Ende war auch mega laut. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Video. Ciao.